Franziska aus Olching wurde die bayerische Bierkultur regelrecht in die Wiege gelegt. Im Gasthaus der Eltern mit seiner über 100-jährigen Tradition hilft sie engagiert mit. Hauptberuflich arbeitet Franziska als Baufinanziererin in München. Manch einer wäre jetzt schon voll ausgelastet, doch Franziska studiert zudem Hotel- und Tourismusmanagement an einer Fernhochschule. Die hofeigene Pferdezucht ist ihre größte Leidenschaft. Beim Austritt in die Natur genießt sie jeden Moment und kann einfach mal abschalten. Franziska Siertl, so schön und vielfältig wie das bayerische Bier. Zudem. Untertitelung des ZDF, 2020